An bester Lage in Äst-Zürich entstehen im Projekt am Eichacher zehn traumhaft schöne 3,5 bis 4,5 Zimmer Eigentumswohnungen. Das Angebot ist sehr vielseitig. Suchen Sie eine Gartenwohnung mit viel Grün und Gartenfläche oder doch lieber eine Geschosswohnung mit zwei grosszügigen Balkonen mit einer wunderschönen Aussicht? Durch grosse Fenster und überhöhe Räume gibt es in unseren Dachwohnungen ein ganz besonderes Raumgefühl. Bringen Sie Ihre eigenen Noten in die Innenraumgestaltung, indem Sie den Innenausbau selbst auswählen können. Der vorgesehene Ausbaustandard ist grosszügig bemessen und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Wohntraum nach Ihren Wünschen zu ermöglichen. Erst Zürich ist zu den Besten erschlossen. Der Schnellbus fährt in regelmässigen Abständen auf Zürich. Auch die Infrastruktur ist vorhanden. Das Folgläden wie auch der Kindergarten und die Schule sind in Gehdistanz erreichbar. Möchten Sie mehr über die traumhaften Eigentumswohnungen mit Weitsicht erfahren? Auf der Webseite www.ameikacher.ch finden Sie weitere Informationen. www.ameikacher.ch